Ihre Gesundheit ist Ihnen wichtig? Dann ab nach Bad Abach. Sie wissen, wie es geht? Sie haben Einfühlungsvermögen, Organisationstalent, praktisch-technisches Know-how? In Ihrem Arbeitsalltag als Anästhesiepfleger begleiten Sie Patienten über den gesamten OP-Prozess, vom rückenschonenden Einschleusen geht es in große, gut ausgestattete Einleitungsräume, die ein angenehmes Arbeiten erlauben. Angenehm ist auch die kollegiale Zusammenarbeit. Sie steht hier im Vordergrund. Ein weiteres Highlight ist der Aufwachraum. Er ist ausgestattet mit brandneuem Monitoring. Und das Beste ist, Sie arbeiten in der Pflege und haben trotzdem am Wochenende frei. Nach Feierabend können Sie in die nahegelegene Therme oder in den Park. Auch das Altmühltal mit seinen Sehenswürdigkeiten ist schnell zu erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Asklepios, Bad Abach.